äh, okay gib mir bitte einen Holi-Raum danke für nichts danke für fucking nochmal nichts alter, 42% und 25% auf den Teufelsziel und ich krieg einfach nix das ist einfach so scheiße behindert ich könnte ausrasten, echt ich könnte fucking nochmal ausrasten Steamsail bringt uns auch nix gut, ab geht's, nächste Ebene nächste Ebene, nächster Cancer, ab geht's ich weiß übrigens nicht, wie es mit euch ist, aber ich bin schon fucking hyped auf Weihnachten und äh, es sind nur noch ein paar Tage ne, ein paar Tage sind's noch zum Zeitpunkt der Aufnahme ist übrigens der 21ste ne, das heißt, wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich der 23ste geh ich mal von aus das heißt, morgen wird's Weihnachten ihr könnt euch alle freuen und ich hoffe, ihr habt, äh, also spätestens jetzt solltet ihr alle Weihnachtsgeschenke haben ansonsten wird's knifflig, ne ne, ich geh morgen nochmal los also am 22ste geh ich nochmal los und guck nochmal ich will noch was, äh, was kleines holen aber ja ihr solltet eigentlich jetzt fast alles haben weil sonst wird's knifflig, ne sonst kriegt ihr auch nix mehr, ne oder was heißt, ihr kriegt nix mehr aber viele Sachen sind tatsächlich ausverkauft also wenn ihr so Standard-Sachen kauft, ne wie Parfüme oder so dann holy fuck dann ist halt echt ripped, ne dann könnt ihr echt einfach nur heulen weil das ist ja Safecall dann übelst ausverkauft oder irgendwelche anderen Sachen weißt ja nicht, worauf ihr so steht und was ihr so holt 62% auf n holy so Leute, jetzt kriegen wir n holy, oder? jetzt kriegen wir aber n holy ein holy ein holy fart so, komm ran was haben wir hier? nix mein Herz super ein paar Bomben da sag ich nicht nein so, warte mal wir sind Minute 17, ne aber wir können sogar noch in den Teufelsstil rein äh, Teufelsstil in den Boss Rush Boss Rush kriegen wir sogar noch hin weil wir den Boss auch relativ schnell liegen müssen aber trotzdem nochmal in den Shop rein, ne deswegen gehen wir erstmal nochmal zurück weil wir müssen unbedingt noch in den Shop ich will auf jeden Fall, äh, Dings noch haben mein Steam-Sail ausnutzen Tears down Fick dich Fick dich gut was machen wir nun? wir gehen zum Boss hab ich recht? ich hab recht den meinte ich eigentlich nicht damit aber gut oh, I can see forever wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, ne zwei Minuten da können wir nochmal gucken wo der Super-Segel-Raum ist hier, ne aber klar war doch klar ich kenn das doch ich kenn das doch dagegen, ne ich kenn das doch alles klar ab zum Boss den einen Raum brauchen wir eigentlich nicht nochmal gucken ich hoffe der gibt mir einen Teufelsdeal äh, einen Holy Deal oh, scheiße jetzt hab ich Teufelsdeal gesagt das krieg ich bestimmt auch einen Teufelsdeal nein, ich krieg einen Holy uuuh wir gehen in Polaroid ne, Polaroid ne äh ich will mich nicht beschweren das ist eigentlich okay so, Keepies 2 ab geht's was haben wir im Boss Rush oh mein Gott oh mein Gott waaah 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 hey, warte mal Halt, Stopp, ja piste piste beide tschüss bleibe oben auf wiedersehen ja das ist sehr schwierig hier das game das ist wirklich ein sehr schwieriges game muss sagen aber bleibt denn def mein lieblings gegner na tnt sollte man wirklich sagen dass man da irgendwie bessere items bekommen und nicht so ein scheiß nicht so eine totale rotze das ist ja grauenvoll ja ich will mich nicht beschweren ich meine mache ich ja sowieso immer durch rennen durch die boys ja monstros lunge war schon ein schönes item oder so mal ehrlich würde sind wir mal ehrlich schnell das war schon schön das war schon in ordnung da können wir uns eigentlich beschweren kopf hoch du nacken und schlüssel wir brauchen sowieso ein paar schlüssel für die kiste nachher wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr range hätten dann wäre das schön aber haben wir leider nicht sind leider der übelste range kuppel übrigens mega geil ist hat mit dem wafer hier in der ebene weil wir ja ab sofort nur ein halbes herz schaden bekommen das suite deswegen ist der wafer gar nicht mal so kacke also der ist auch generell nicht kacke aber man hofft halt immer auf kassere items ich weiß nicht so sacred fahrt oder so ja schon cool eigentlich müsste der mcmillan müsste eigentlich jetzt hier wirklich ein sacred fahrt item machen der ist bestimmt ein scrubs fan safe goal ich meine wer ist kein scrubs fan oder so jeder mensch der scrubs fan oder ich bitte euch also warum gibt es dann hier kein sacred fahrt gar nichts bekommen gar nichts bekommen mehr range mehr range leute 48 prozent na das geht schon wenn man den lange genug füttert ich hasse das bitte nie wieder nie wieder dieser stampfer wirklich geh einfach weg mit deinem zehn nagel ich meine wir haben trotzdem prozent gekriegt aber auch nicht zwölf auch wenn da zwölf stand aber es waren niemals zwölf weil wir hatten ja 48 ne oder hatten wir 48 obwohl doch da kann das echt sein da kann das ja echt sein die hatten 48 prozent ne hahahahahaha hmhmsm what is doing with me bin ich behindert oder weihnachten weihnachten macht mich behindert safe goal die ganze weihnachts toasted statrufen macht mich behindert wobei ich muss sagen ich hatte eigentlich relativ vielleicht relativ entspannender weihnachte weihnachtseinkauf ich war mit seitdem im centro der letzte bei mir zu besuch war und Das war, naja, letztes Wochenende vor Weihnachten, ne? Wie war das wohl, Leute? Was meint ihr? Hm, was meint ihr? Wie war das wohl? Das war voll. Und zwar leicht voll. Oh! Hö! Ja. Das war ja klar. Ja, gut. Das kann man jetzt mal machen, ne? Würde ich sagen. So, gehen wir Hasch. Hasch. Hasch, 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 Hasch. Oder eher nicht. Hasch oder nicht. Ich würde sagen, nö. Ne, wir machen keine Hasch. Wir wollen ja heute Megasaddam machen, ne? Ich habe mir ja das Ziel gesetzt Megasaddam machen. Und wir wollen ja nicht direkt wieder tilten. Ne, tilten. Ich weiß, wir haben Brimstone und wir haben auch den Way. Ach, eigentlich hätten wir den echt machen können. Ah, whatever. Ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Gerard heben wir uns wieder auf für die unteren Ebenen. Ich finde halt eigentlich mega cool. Am besten ist, wenn du zwei Gerard Wunen hast. Das ist geil. Ne? Ne, quasi noch eine findest dort. So, dass du aus acht Kisten 16 machen kannst. Das ist geil, ne? Ich glaube, das hatte ich einmal, dass ich diese Doppel, diese Doppel Runen und Pillen Sache hatte da. Ne, diesen Bag. Und dann konnte ich mir, äh, habe ich mir auch noch zwei Gerard Runen gefunden. Da habe ich einfach 16 Kisten gemacht, ne? Da war einfach komplett Rip. Da war einfach komplett Game Over. So, wir wollen jetzt hier einen chilligen Run, ne? Chili, Milli, Vanilli. Also, um nochmal zum Thema zurückzukommen. Mein Weihnachtseinkauf war eigentlich relativ entspannt. Bis auf den einen Besuch im Zentrum, ne? Der war halt Krebs. Aber, sind wir mal ehrlich, das geht auch schlimmer, ne? Ich meine, letztes Jahr habe ich meine Weihnachtsgeschenke ein bisschen eher gekauft. Dieses Jahr ist halt eher so ein bisschen auf dem letzten Drücker. Wobei, wobei nicht unbedingt auf dem letzten Drücker. Ich weiß ja schon seit ewigen Zeiten, was ich schenken will. Und bin dann gezielt losgegangen und habe mir was gekauft. Oder, eher gesagt, die Geschenke gekauft. Dann geht es einigermaßen, ne? Wenn du gar nicht weißt, was du kaufen sollst, ne? Das ist AIDS. Wobei das bei uns echt immer so ist, dass meine Eltern mir auch nicht sagen, was die haben wollen, ne? Also, ich kaufe dann einfach. Ich kaufe einfach und mal gucken. Das sind vor allem so Sachen, die, äh, ne? Mein Bruder, äh, oder meine Eltern oder Freundin oder was auch immer, ähm, die sich selbst nie kaufen würden, weißt du? Weil man dann wahrscheinlich nicht das Geld dafür hat aktuell oder was auch immer. Wenn man, wenn man sich denkt, ja, ich könnte mir sowas kaufen, aber brauche ich das denn wirklich? Ne, kennt ja jeder. Kennt ja jeder sowas, ne? Ja, zum Boss. Ich glaube, so schnell haben wir den noch nie gekillt. Ja, einmal porten. Einmal porten, Alter! Gut. Gehen wir in die Kiste. Ja, da. Oh, Boys. Oh, Boys. Oh, Boys. Oh, Boys. So, wir wollen ja, wir wollen ja den Satan machen, ne? Ah, den machen wir doch nicht direkt, oder? Ne, den machen wir nicht direkt. Ist ja langweilig. Das ist doch kaum broken, Alter. Einmal hier komplett durch die ganze Basis lasern. Komplett durch die ganze Hütte lasern. Ich brauche Kisten. Ich brauche Kisten. Yeah, 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 yeah. Mr. Mega. Ha! Ha! Laser. Auf Wiedersehen. Komm, gib mir mal was Tolles. Kiste. Ich sollte ein bisschen aufpassen, ne? Ich glaube, wir machen mal Satan jetzt schon. Sonst sterbe ich noch rein, Leute, ne? Wenn ich nicht aufpasse, weil ich wieder so ein Depp bin. Ihr kennt das doch. Ihr wisst doch, wie ich bin. Ho, ja! Laser! Ho! 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 Haia Haia Alter Bitte euch Easiest game of my life Get fucked Bitch Ich finde die erste Phase war am schwierigsten Die zweite ist einfach nur noch Orbital Oh ja Bam Easy Fucking easy Gut Leute Dann würde ich sagen was für heute Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dann Wünsche euch Falls ihr uns nicht hören Schönen Feiertag Und Ich hoffe ihr kriegt gute Geschenke Und ihr verschenkt auch was Tolles Also Haut rein Leute